Hey Freunde, Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, das Leuchtfeuer war hier, also ich muss hier nur ein bisschen Treppe hochrennen und so und das war's. Hallo, ich geh bis auch da. Er braucht Aufmerksamkeit, also sag dir mal Hallo. Hier riecht was. Alltägliche Frucht. Heyho, Teto, was machst du? Was ist das? Zeig. Alltägliche Frucht. Stärkt vorübergehend, gibt Resistenz. Heyho, let's go. Tolle Wurst. Hier oben war ich ja noch gar nicht. Ja, hier ist Leuchtfeuer, genau. Gut, ich könnte reisen, ich will aber nicht reisen, oder will ich das? Ich könnte levelen, soll ich levelen? Ich hab keine Ahnung. Was zur Hölle? 24.000 Seelen, wir gehen mal nach Majula und werden mal etwas gucken. Vorher möchte ich zum Schmied, denn ich möchte gleich, ich möchte das Grußfeld jetzt gleich von Anfang an aufbessern, damit ich es dann direkt tragen kann. Wenn ich es dann tragen kann bald. Ich hab nichts zum Reparieren, aber ich find's gut, dass man jetzt, dass, dass, dass man die jetzt nur reparieren braucht, wenn diese Sachen gebrochen sind, das find ich gut. Gitanidscherbe, Gitanidscherbe, Gitanidscherbe. Oh, ich kann's bis plus 3. Bam, plus 3 gemacht, alter, krass. Weißt du, jetzt hab ich das Großschwert plus 3 schon. Tolle Wurst. Träger des Fluches. Aufsteigen. Boah, was brauch ich? Stärke? Irgendwas. Warte, jetzt muss ich kurz schauen. Tolles Harz. Toll. Ich will das Großschwert führen, alter, unbedingt. 28, alter, okay, also muss ich, ich geh jetzt nur in Stärke rein, ohne Scheiß. Wobei, ist das so schlauer, als nur in Stärke zu gehen? Ich hab keine Ahnung. Ey, wie man hier unten nichts sieht in dem ekligen, giftigen Dunst, alter. Okay, ich komm stärker bis 17. Boah, ich hab eh gelacht. Ich mach 28 Stärke, Alter, das gibt es nicht. Hier kommen 15. Ja, nee, Zauberei will ich nicht 15. Da 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 da. Nee, Belastung. Nee, komm, ich rolle leicht ab. Geschicklichkeit brauch ich erstmal auch nicht. Ja, Kondition und Vitalität ist eigentlich jetzt voll wichtig, ey. Ja, komm, dann geh ich da rauf. Ah, da soll ich das machen, ey. Für, für. Du musst zuhauen, mein Kollege, scheiße. Ja, scheiß mal drauf. Ich hoffe, ich mach mit dem Heiderritterschwert noch genug Damage, ey. Gut. Ja, jetzt nur auf Stärke-Skillen, wär dumm. Wär einfach zu dumm. Der ferne... Warte, das war jetzt das, ne? Ja. So, ich muss dann um wieder aufhören. Ja, um, genau. Um ist dann der nächste Gott. Auf, auf! Ins nächste Gebiet! Boah, oh, scheiß. Es macht einfach immer wieder... Es macht so viel Laune. Man kann einfach nicht aufhören. Ich sag's euch, Leute. Ich kann zaubern, yeah. Bist du fies? Ich kann nicht anvisieren. Ey, du siehst doch, du siehst aus wie der Heideritter. Ist ein Heideritter. Nur hat er... Bäm, Bäm, Backstep, Bitch. Bäm, Bäm, Schwarz! Jut, die halten auf jeden Fall ein bisschen viel aus. Heidesperr. Tolle Wurst. Dann soll ich da runter springen? Nein, nicht wirklich, oder? Ach, hier ist der Leiter. Hallo. Oh mein Gott, ich bin immer noch menschlich, ey. Okay, ich wollte grad sagen, mein Xbox-Controller ist ausgegangen. Nein, noch nicht. Ich hab mir extra ganz viel Batterien gekauft. Ganz, ganz viel. Hey, Köter! Was geht? Mann, erschreckt mich doch nicht so. Halt, was bist du denn da oben? No, wegspringen. Hallo. Quasi-Modo? Ja. Quasi-Modo ist hier. Kann ich dich nicht backstabben, Kollege? Na gut, aber sowieso hältst du jetzt auch nicht aus. 5 oder 40 Seelen, das ist toll. Ich fass jetzt nicht, mein Gegner hat sich selber vergiftet. Jetzt KI, oder? KI. Achso. Na gut, was war das davon? Schwerbrennt. Tot, ist so. Darf ich wieder Sniper spielen? Was haben wir denn hier? Ich könnte ja dran ziehen. War hier nicht... Ja, ich muss auch unbedingt die Wände öfter mal abschauen, ne? Nach versteckten Wänden. Hast du schon mal eine versteckte Wand gefunden? Äh, ja. Im Erntetal ist eine. Erntetal ist wo? Beziehungsweise im Jägerhain. Na, du hast doch die Pilgerin angequatscht, ne? Am... Links hier beim... Leichtfeuer? Ne, Heides Flammturm. Ja, ja. Ja, und die, ähm... Da musste man nach Majula reisen. Und von Majula Richtung Heides Flammturm nochmal gehen. Okay. Und da ist dann die Pilgerin und die öffnet dir für 2000 ne Tür. Und auf dem Weg bin ich gerade, weil ich hab keinen Bock, äh... Na gut, ich könnte schon die Sünderin legen, aber... Außerdem müsstest du ein Boss legen, das da scheiße ist, weil da drei kleinere sind, die gleichzeitig kommen. Ach, die halt, ich erkenne nicht, die hab ich auch bei Holly gesehen. Hm, du wirst sterben. Ja, die sind Hardcore, hab ich. Auch Holly, wobei, Holly hat sie beim Second Try geschafft. Na, Problem ist, du musst, äh, da oben bleiben, wo die erste ist. Ihr macht Damage, das gibt's ja nicht, Alter. Boah, Jungs. So. Oh Mann, 8000 Seelen schon wieder eher am Start hier, sagst du? Krass. Hallo, Flammenschmetterling. Ja, die machen ja die Fackel entzünden. Soweit ich das... Na nun. Er explodiert doch bestimmt. Öffnen. Verschlossen, ja, dann geh kaputt. Du gehst nicht kaputt. Ne, Tatsache. Sagst zurück nach Majuda, ja. Und von da aus dann zum Heiles Flammturm laufen und da ist dann die. Ja. Hört sich interessanter, auf jeden Fall. Ist hier hinten gar nichts. Dann brauchst du 2000 Seelen und dann kommst du in ein anderes Gebiet. Doch. Anderes Gebiet. Okay. Es ist le... Oh, was war das? Ich hab grad zwei Sachen gefunden. Es ist das Plakonscherbe und das andere hab ich nicht mehr gelesen. Ich drück immer zu schnell weg, Alter. Aber egal. Ich hab ne Scherbe gefunden. Das ist toll. Da, 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 da. Ja, komm. Dann mach auf hier. Dann kann ich hier lang. Hoffentlich. Menschenbilder. Große Titanitscherbe. Junge, aber am Ende Talut ist es nicht, auch wenn hier alles voll giftig ist. Da ist ein Leichtfeuer. Cool. Wie komm ich da hin? Oh, ich weiß wie. Genau. Wo bist du denn grad? Oh, warum explodiert denn das fast dort? Äh, quasi Modo 2. Ob du das was sagst? Ich hab keine Ahnung. Ach so, ja. Da musst du da fast von kicken. Ja, ich muss es kicken, ja? Ich. Reicht das nicht, wenn er es macht? Oh, warte mal kurz. Ich muss mich mal von dem Schock erholen. Schock? Warum? Ich bin gerade die Treppe runtergelaufen ins Wasser, ne? Da siehst du im Boden des Wassers nicht. Dann hab ich abgestopfen. Gerade eben. Ja. Ja, das kenn ich ja. Das ist scheiße. Goldhaare, Spam. Mit 11.000 Seelen natürlich, wie immer, ne? Boah, ich hab nicht wieder 9.000, ne? Oh, du explodierst doch, ey. Fast. Ja, das musst du die Treppe runterrollen. Ja, also, das muss ich rollen lassen, ja? Es reicht nicht, wenn er es macht. Ja, und wenn es geht, wird irgendwas in, wenn es unten liegt, abwerfen. Oder... Okay. Hallo, Quasimodo Nummer 3. Oh, 236.000 Seelen hab ich schon eingesammelt insgesamt. Wie viel? 236.000. Krass. Okay, ich weiß nicht, die Mototypen sind gar nicht so schwer, wie ich dachte. Die sind ja ganz einfach noch. Ein Rufsymbol. Hallo. Oh, wie siehst du denn aus? Schick. Jetzt ist die hier mit der Maske. Ja, laber mal mit der Liege Menschenbild. Ich bin hier, desto mehr Wahnsinn, die ich herauskriege. Ein witziger Ort, aber nicht ohne Tränen von ihrer früheren Glorie. Ich will von den Fotzen den Scheißhaber haben. Das ist vielleicht die Gedacht der Schaumofotzen-Ficksteine. Ja, ich find auch die Charaktermodels jetzt echt besser hier, als in Dark Souls 1. Ah, ja. Ich habe nicht dankbar, dass ich mich den letzten Tag erinnern habe. Das ist für dich. Oh, was? Menschenbild. Dankeschön. Ich weiß aber, was drin anzufangen. Der ist einfach wieder, die zu labern oder mit ihr reden, was er gesagt hat. Muss ich ihren Eid eingehen, oder was? Was ist das denn? Ih, was seid ihr denn? Was ist denn? Ah, gespielt so. Und dann kam ich hier, zu... Habt ihr gehört von den Un-Dead? Die poor souls, die durch die Kürze verletzt? An Un-Dead, die Un-Dead verletzten, verletzten seine Humanität, bis seine Wits degrade, komplett. Findest du ja auch? Krass. Wenn du mal überlegst. Was überlegen? Na, Untote, weißt du? Sind ja eigentlich Zombies. Und hier ist es ja so in Dark Souls 1 und 2, dass... Oh, sie hat gerade ihre Mama. Ich habe die Maske abgenommen. Ich bin sorry. Um zu verletzen, du würdest über meine Gedanken sprechen. Ähm... Ich glaube, ich habe diese Tage gewöhnt. Ja, was wolltest du gerade sagen? Naja. Warte, warte, sagt sie jetzt wieder dasselbe? Ja, okay. Ähm, und zwar, naja, Untot. Also, wenn man Untot ist, dann verlieren die ja nach und nach ihren Verstand. Und dann erst werden sie quasi zu Zombies, zu richtigen Zombies, in Anführungsstrichen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Irgendwie, keine Ahnung. Nicht so, also, dass man nicht gleich Zombie und dann Zombie ist, sondern erst so nach und nach. Au. Ich finde das eine interessante Tatsache, die mir gerade eben aufgefallen ist. Muss ich jetzt hier rüberjumpen oder was? Scheinbar. Viele Ruhesybole hier sind. Voll! Ich finde es aber krass, dass so viele um die Uhrzeit zocken, ey. Ich habe voll den Hammer vor dem Schädel gezockt. Ich will den Hammer gedroppt haben. Nein, was seid ihr denn? Ihr seid groß. So, 13.000 Seelen zurück. Holt die zweite. Okay, macht ordentlich Schaden. Für Menschlichkeit hast du endlich noch. Nicht mehr viel. Also doch, viel schon, aber ich bin gleich tot. Nooo, 10.000 Seelen für einen Tünniss. Das gibt es nicht. Also nicht für einen Tünniss. Sie sind noch da, aber sie liegen jetzt. Ich sage immer Tünniss. Wann sage ich das Wort Tünniss? Was heißt das? Ja, bei mir liegen noch 13.000 Seelen. Was ist das für ein Wort, Tünniss? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich kenne nur Tünniss. Tünniss. Das ist ein anderes Wort für Hund. Achso. Oh mein Gott. Das gibt es jetzt nicht, Leute. Ja, ist so. Weißt du, bei Holly ist die magische Zahl 30.000 Seelen. Bei mir ist die magische Zahl 10.000 Seelen. Ist so. Und verliert er mal 30.000? Naja, er, also immer wenn er 30.000 Seelen hat, stirbt er. Ist immer so. Und ich bin jetzt schon voll oft mit 10.000 Seelen verreckt. Ist so. Ey, ist krass. Mein Gott. Achso, falls ich es irgendwie... Wenn es sich aufhört, dass ich so viel Holly oder Bruga erwähne. Wobei, so viel erwähne ich es ja gar nicht. Aber ich finde die Typen halt toll. Das wird einfach gut als Player. Die es verdient haben, erwähnt zu werden. Hallo. So, kommst du runter, Digga. Ja, Digga, Digga. Komm, Digga. Der greift. Nein, der greift. Was, was machst du? Was machst du? Lass es. Er greift einen. Wo bist du denn? Quasi-Modo 1. Was macht er, wenn er dich treibt? Hat du die gehabt? Er nimmt dich am Kopf, zerdrückt ihn und haut dich auf den Boden. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber trotzdem, es tut weh. Du bist jetzt über den Weg der Dehnwache gekommen, ne? Bitte? Alter. Du bist jetzt über den Weg mit dem Boot gekommen, ne? Ja. Was für ein Weg sonst? Wow. Hallo. Ja, kannst du auch noch den Vogelweg nehmen. Achso, ja, gut. Kann ich jetzt hier den Schlangring finden? Kübel. Hä? Kann ich jetzt hier den Schlangring finden? Äh, ja, wenn du den Weg über den Vogel nimmst. Achso. Au, was war das denn? Lol, er haut das fast gar nicht mehr runter. Oh nein, Digga. Ich sterbe jetzt. Oh ja. Na, Pilze. Oh, du hast nen Fettchen. Boah, war das knapp, Alter. Das gibt's nicht. Warum? Hä? Leute, auf was hau ich denn da? Hier kannst du voll die Titanit-Scherben fahren. Alter, die Käfer. Gegenstand, Seele, nahm duer Soldat. Oh, mein Gott. So, das Fass muss ich jetzt einfach nur kicken, oder was? So. Mist. Ja, toll. Ich muss es mit irgendwas abwerfen. Mit was denn? Ich glaub, diesmal waren es 15.000 Seelen. Ja, mit einer Feuerbombe oder mit einem Feuerpfeil abschießen. Oh nein, ich hab aber nichts von dem. Wer ist ne Robin? Ich hab nichts von dem. Oder hab ich Pfeilpfeil gefunden? Mitchell, wer ist ne Robin? Keine Ahnung. Wer haut denn hier? Keine Ahnung, warum? Die ist grad einer, der auf den TS kam. Oh, meine Flasche ist grad, meine Flasche ist grad umgeworfen. Boah, ich bin nicht mehr menschlich. Oh mein Gott. Wo seh ich nochmal meine Pfeile? Da. Hab ich Feuer? Holzpfeil, Eisenpfeil, Feuerpfeil, 20 Stück. Ja. Okay. Ach, ich will mich ja immer menschlich machen. Wo ist mein Bogen? Da. Pfeile muss man da ausrüsten, ne? Weißt du, wie gemeinert ist, jetzt kann ich TS-Troll machen, indem ich Leute einfach immer vom Channel zu Channel ziehe, Alter. Nein, mach das nicht. Das sind die Rechte von Gott, Mitchell. Die nutze ich auch. Oh, sehr schön. Den Bogen kann ich ja gleich mal ausgerüstet lassen, ja. Holzpfeil, Eisenpfeil, ja schön, da können wir gleich mal ein paar Pfeile. Und so. Jedenfalls kann ich jetzt hier... Oh, rasten. Nicht schön. Oh, komm schon, ja. Ja, trotzdem sind nur noch 10.000 Seelen da oben. Die würde ich gerne wiederhaben wollen. Was macht... Äh, ist hier ein Schmied, kann das sein? Oh, ja. Brauchst aber erst die Loot. Okay, das ist ein Kist. Wo du die findest, äh, keine Ahnung. Ich mach die mal alle auf hier, die Dinger, ne? Er haut. Bist du beim Schmied? Ja, der haut hier. Ja, ich hab das Ding aufbekommen. Alter, bei dir findest du hier voll Material zu verstärken. Krass. Ich hoffe, der haut mich nicht. Trifft der mich mit seinem Gehaue? Schwere Bolzen. Der haut ja. Ey, der sitzt auf ner Truhe, ne? Ja. Oh, ich will da hin. Dafür müsst ihr ihn töten, wa? Äh, nee. Bring ihm seine Loot dann. Geh da da weg. Geh da runter. Da. Ich hab keine Ahnung, was für'n Boss da gleich kommt, ne? Ein ganz... ...wödes Exemplar. Ich bin hier in so ner Windmühle und hab keine Ahnung. Ich guck ja kein aktives Let's Play von Dark Souls 2, weißt du? Wie bitte? Ja, ich bin, glaub, beim nächsten Boss. Ja, ich kenn auch nicht alles. Ich k- wie, ja? Ich kenn nur stellenweise ein paar Sachen. Wie hell du brennst. Ja, okay. Hast dich ausgequatscht, Digga. Weißt du's an? Ich sollte mir neue Glut besorgen. Oh Gott, wo findet man die Scheiß-Glut denn? Oh Gott. Alter, hab ich den grad gut geteilt, den... Oh, okay, du willst ne Glut, Kumpel. Verschlossen? Gibt Sinn, dass die Tür verschlossen ist. Jedenfalls kann ich hier rasten. Ich kann ja auch reisen jetzt, das ist schön. Guck mal, seid ihr nicht Agro-Aufmicht, Jungs? Was ist denn deutsch los? Ey, du kannst bei denen übelst die Seelen namenlosen Soldaten fahren. Krass. Ey, das gibt's nicht. Warum kommt ihr denn jetzt eigentlich in die Wand, Alter? Ja, ne, ne. Die Scheißhunde, ey, was soll das? Ey, die... was zum Teufel? Die droppen voll auf diese Seelen. Ein namenloser Soldat und so, Alter. Kein Lachstück zum Boss? Viermal gehabt oder so. Wie bitte? Was? Mit wem mal redest du da? Hast du Besuch? Mit Rage Owens. Lol, findest du ja krass Seelen, Alter. Welcher Schweif? Was? Ach so, ja, du bist gerade wahrscheinlich auch im Spiel vertieft. Wer bist du denn? Da ist ne Leiter! Wie komm ich da denn hin? Alter, laber nicht. Boah, Leute, weil in Dark Souls 2 ist halt die Steuerung sehr präzise. Große Titaninitscherbe! Dafür war's das jetzt. Gut, ich nehm mich in Kauf. Meine Seelen zurückholen, meine Seelen zurückholen. Und dann einfach wegrennen, einfach wegrennen. Boah, 13.000 oder so. 14.000, Alter. Ne, ich geh nicht weiter, Leute. Wann muss ich aufhören? Um, um, ne? Ja, ist gleich um. Sieben Minuten. Ne, komm, dann gehen wir. Ich kann nicht zurück. Doch, ich hab Heimgag noch und ich kann zurück. Ja, Leute. Das ist mir jetzt egal. Ich will doch nochmal sicher gehen. Alter. Kettenbrecher. Wie wenn geh ich? Reisen. Machula. Auf, auf. Nach Machula. Ja, ich muss jetzt irgendwie meine Stärke auf 28 kriegen. Also jetzt, ja. Ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Ich will das Schwert nehmen, Alter. Das Schwert, ich will es unbedingt haben. Ich will. Ich hab auch eine erste Flage und Scherbe gefunden. Oh, hallo, hallo, hallo. Zack. Was denn? Hallo, was denn? Na, ich hab wieder die mit der Maske zum dritten Mal. Und aufsteigen. Ach, steig. Plus eins, danke. Boah, zwei Level sind drin, mehr nicht. Also Stärke 15, okay. Schade eigentlich, dass es nur so wenig ist. Aber ich kann jetzt mein Heiderritterschwert aufbessern und mein Großschwert, glaube ich, noch mehr. Das ist toll. Ich kann nichts reparieren. Waffe, Rüstung, verstärken. Großes, die Nietzsche, aber eine. Und für Pfeilerritterschwert brauche ich auch eine. Tausend Seelen kostet das. Hm, das ist jetzt schon plus vier. Das auch. Ja, mach ich das plus fünf, würde ich sagen. Komm, dann hab ich das direkt plus vier weiter. Und für welcher? Und plus sechs wäre dann, ja. Das skaliert mit Stärke B, das Großschwert, ne? Welches? Das, das, na, das Großschwert einfach nur. Das Großschwert, das Fette. Äh, ja, kann sein. Ja, ist so. Hab ich grad gelesen. Krass, Alter. Reisen. Nein, falsches Leuchtfeuer. Da, 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 da. Falsches, da möchte ich nicht hin. Irn für welche, Alter. Ihr seid Koffus. Ja, ich geh jetzt einfach weiter, weil ich, ja, ich lauf jetzt einfach weiter in, äh, in der Story. Ich kann ja, ich kann ja auch mittendrin cutten, weil ich ja sowieso dann, äh. Jetzt, äh. Ja, nur noch fünf Minuten noch. Ja, fünf Minuten, komm, dann. Dann wenden wir jetzt hier noch hoch. Ignoriert ihr mich, ernsthaft? Äh, am leichtesten ist Mitchell, wenn du den Weg von dem Vogel ausnimmst. Ja, die kann ich ja nicht mehr nehmen. Ja, doch. Ja, gut, ich kann reisen, ja, klar. Kann ich ja gleich mal. Wobei, die kann ich ja im nächsten Part eigentlich mal ansetzen, den Weg, oder? Was bist du denn da hinten für einer? Jungs, was ist das? Koki, ungünstig gezeigt, mir Nachrichten zu senden. Wer sind denn Nachrichten? Das ist Live-Kollege. Auf jeden Fall vergessen, dass ich rauskomme. Was, jetzt? Um die Uhrzeit rausgehen? Nee, äh, ich mein, der Gegner hier gerade in Dark Souls. Achso. Mein Gott, ich bin ja fast gestorben hier, ey. Einfach, einfach an nichts. Das ist so krass. Hauptsache, ich hab jetzt was größeres, schon plus fünf, wo ich es noch gar nicht tragen kann, Alter. Ja, ist so, ich, 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 ich verstärk schon mal ein bisschen vor. Weil ich einfach weiß, dass ich es tragen werde. Ganz einfach. Das ist auch Hollys Lieblingsschwert, glaube ich, das Schwert. Das ist das große Schwert. Oh, aber nee, das war auch schon, das ist alles mein absoluter Favorit. Okay, Leute. Nope, das war dumm. Naja, nicht ganz. Bisschen dumm war's. Zack, down. 500 Seelen, Alter, krass. Ich hab ein bisschen Angst vor diesen komischen Typen, die da sind, ey. Diese, ja, diese, diese, diese Sperrtypis da, ey. Geh mir auf die Eier. Hab ich Lebenssteine. Einen Schimmernden. Naja, komm, dann nimmst du halt den Schimmernden und dann ist gut. Mann. Schimmernder Nebenstein. So. Ich will zaubern, bitte. Die nächste Wand, ey. So, man stopft hier von einer Nebelwand in die andere. Gedalte, Gedalte. Toll, toll, toll. Okay, kaputt. Kaputt. Und dich backstab ich jetzt, Junge. Ja, toll, jetzt kommen sie mit, ne? Jetzt, wo sie alle zu 5 sind, wollen sie nicht legen. Mein Gott. Lebensstein. Lebensstein. Ja, Mann, Jungs, danke. I'm loving euch. Und so. Lebensstein. Da, 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 da. Ah, wie schön ist es? Ja, ich muss gleich cutten, ey. Jo, Leute, ich glaube, ich mache jetzt hier an der Tür einen Cut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kübel? Äh, tschüss. haha